So, jetzt haben wir wieder mal einen Stand, den Weckermuss in der Luft. Wie heißt der eigentlich? Hat der Name? Den von Robert Kline. Das ist ja mal unsere Fantasienweite. Also es würde nicht mehr lang dauern, da brauchen wir eigentlich kein Auto mehr, da schreiben wir uns so einen Rucksack auf dem Buckel. Und dann haben wir auch keine Fahrtprobleme mehr, sonst fliegt dann einfach nicht ganz. Das sieht ein Zimmer vor, das geht vielleicht der eine oder andere, der ist ein Fahrt, der ist vom Dach. In jeder Art und Weise, der ist ganz verbreichbar, der Fahrt hat ja auch seinen Hübschern und einen vergleichbaren Seller, ob man es auch fliegt hat, aber das ist natürlich die Steigerung. Kann man den Rucksack auch ausleihen? Er sagt gerade, ja, wieder will ich mich mal an. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.